Sehr schön, Sie zu sehen. Das ist der digitale Zwilling vom Bundeskanzler. Es gibt ihn mehrfach. Ja, und ich hoffe, dass das jetzt eine gute Möglichkeit ist, kosteneffizient, energiesparend reden zu halten. Jedenfalls wäre das für Politiker mal noch eine neue Technik. Sehr schön, man sieht Sie hervorragend, als würden Sie neben uns stehen. Alles Gute. Vielen Dank.